Was machen die Dämonen? Ich gehe zum Coop. Die Dämonen sind eine Neuheit, die Coop für ihr Busy entwickelt hat und gewinnen sie einen Zustand für das Haushaltbudget. Nicht gewinnen, aber Geld sparen können sie, wenn sie das Coca-Cola morgen bei Coop zum Aktionspreis kaufen. Der Liter kostet nämlich nur 95 Kronen. Also, morgen bei Coop, abgemacht!